So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nun, da unsere liebe Wegbegleiterin, dessen Namen ich leider vergessen habe, erschossen wurde, sind wir nur noch allein mit dem Mädchen hier, mit diesem, mit der Ware. Haben ein paar Cops ausgeschaltet und versuchen nun, den Cops zu entkommen. Und natürlich das Mädchen zu der Quarantänezone zu bringen. Das wird uns doch gelingen. Hm, hoffe ich doch mal. Oh, ein Kantholz. Sehr schön, sehr praktisch. Okay. Wir gehen. Was machen wir eigentlich? Was machen wir eigentlich? Wir gehen hier raus. Hier raus gehen wir. Oh, ich weiß nicht, wie viele es ist. Oh, das sind nur 10, 20 Mann. Quatsch, so viele sind es doch gar nicht. Kommen wir hier vielleicht durch? Ja, ist gut. Ist gut, ist gut. Oh, scheiße. Da müssen wir raus. So, wieder einer weniger. Ist ja coolerweise noch keinen einzigen Schuss abgegeben. Darüber freue ich mich ganz ehrlich. Ziemlich. Oh, scheiße. Mädchen kommen hier rein. Ich gehe hier lang. Wem hat denn der gewunken, Alter? Oh, Mann. Oh, der Spassi da hinten. Oh, der Spassi da hinten. Da kann man kurz ein bisschen schneller erwirken hier. Ein bisschen Anspruch, bitte. So. Oh, scheiße. So. Da kommt wieder einer. Alter, Mensch, du versteckst dich überhaupt nicht gut. Ja, leise ist was anderes. Aber ich meine, der Zweck heiligt die Mittel. Nee. So. Da kommt der Nächste. Wo ist das Mädchen? Okay, da kannst du bleiben. Oh, Alter. Oh, Alter. Wow. Ach, du Scheiße. Alter. Kind, wie gehst denn du ab? Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Alter. Crazy. Die alte Crazy Bitch. Die ist wohl nicht ganz sauber, die alte. Es sind mir noch zwei. Und zwar, dass es die zwei letzten sind, dann sind bestimmt noch ein paar. Kind, geh weg, geh weg. Kind, geh mir aus. Aus der Fies, aus der Fies. Oh, Mann. Immer diese Schleicherei hier. Wie sieht's aus? Gar nichts. Und selbst? Sieht doch. Suchen wir weiter. Ich stehe in diesem Bereich nach. Mhm, mhm. Die sind echt hässlich auszuschalten. Nur mal so nebenbei. Joel, da ist der Ausgang. Ich sehe ihn. Die Deckung. Die Deckung. Geh in Deckung, Alter. Oh, Scheiße. Ach, was. Alles wird gut. So. Siehste, Kind. So schwer war das doch gar nicht. Schon sind wir draußen. An der lieben frischen Luft. Bleib unten. Und habe nichts mehr zu fürchten. Und haben aber auch keinen Plan, wo wir hingehen müssen. So. Freude, runder Keller, immer gut. Jawohl, ein Bibi. Kind, rennt er nicht so schnell. Wow. Kein Ziel. Interhole, kein Ziel. Der drüben ist ein Soldat. Stellung halten und auf Versteckung warten. Oh, das ist nicht alles Sporen. Wir hatten der bitte jetzt eigentlich so schnell die Maske aufbekommen. Sind wir richtig krass. Alter, komm schon. Latten los, lasst ihn los. Geh in Deckung. Alter. Hat der Typ eine kugelsichere Liste oder was? Oder ist er jetzt tot? Ich weiß es gerade nicht. Oh man. Oh man. Wo ist die kleine? Kleine. Ah da. Müssen wir da lang? Müssen wir da lang? Hallo? Müssen wir da lang? Na? Da können wir ja schon mal nicht lang, ne? Schätzke. Komm, raus aus dem Wagen. Raus aus dem Wagen. So. Das wird ja schon mal nix, ne? Dieser Weg. Bist noch da, Kleine? Kleine. Oh, gute Zeit, danke. Der Schieler. Hm. Irgendwie sieht's scheiße aus, ne? Weil außer dem einen da hinten, geht ja. Alter, was ist das? Geht ja sonst nix. Hier müssen wir irgendwie hoch. Da oben ist nämlich auch frische Luft. Weil da hinten, da ist ja nur Wasser in das arme, kleine Ding, da kann ja nicht mal schwimmen. Da hinten nix Wasser. Gehen wir halt nix Wasser. So. So. Ich glaube, ich könnte ein Depp-Rühne tauchen. Das ist gut. Mir geht's auch gut. Im Gegensatz zu dem, dem geht's nicht gut. Schmuggler-Notiz. Sollen wir uns die anschauen? Wahrscheinlich kann ich nichts lesen. Ach. Wo ist das denn? Ach, da ist ja. Wo, da ist es lang? Da lang? Hier lang? Naja, hier geht's schon mal nicht lang. Oh, 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 oh. Ich hasse solch dunkle Dinge. Da lang? Du lässt mich doch nicht hier, oder? Mit einem Mädchen. Eine Leiter. Vielleicht geht es damit. Ja. Alles schön gut. Eine Leiter haben wir gesehen. Wie kommen wir da hoch? Okay. Ah. Okay. Hm. Okay, dann bleibt nur eins übrig. Das Kind da drauf. Und dann rüber. Wo ist denn? Steig drauf. Wirklich? Okay. Cool. Vorsichtig. Ich hab dich. Ja, ja. Halt es aber gut fest, mein Kind. Ich hatte heute sofort. Jawohl. Und nun? Die Leiter bitte. Wenn wir möglichst ein bisschen schneller. Die Geräusche werden ihnen gerade so gefälzern. Ich hab sie. Oh mein Gott. Okay, nichts wie raus hier. Das ist ganz schön strange hier, oder? Hallo? Ist da jemand? Licht. Licht am Ende des Tunnels. Tschüss. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha ha. We did it. We did it. We did it. Da hat die mir nicht scheiß Maske hier aus. Hey. Also. Wegen Tess. Tess, 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 das war klar. Was du sagst, zählt. Gut. Wo ist deine Stadt? Kleine Psyche, oder? Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Okay. Oh, ein bisschen im Wald. Na bitte. Ja, super schön, alles so friedlich hier. So. Voll die Waldidylle. Nichts, ich hab... Ich hab nur sowas noch nie gesehen. Ne, Wald? Ja. Im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Boom. Das ist traurig. Würde ich sagen, geh mal den Wald erforschen. Ich hab ja Nacktgewehren so. Aber das Ganze... Hust dir mal einen ab hier, alter Raucher. Würde ich sagen, tun wir in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Und dann sehen wir uns im Vor Libem. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020